Willkommen hier zum dritten Video der dreiteiligen Videoreihe zum Thema, wie kann ich meine Leute produktiver machen, wie kann ich mein Unternehmen produktiver machen, wie kann ich einfach mehr rausholen aus dem gleichen Input, den ich habe und wir schauen uns jetzt das dritte Thema an, viel Spaß dabei. Ja, wir sind wieder zu zweit, haben uns das letzte Wieser gar nicht vorgestellt, ist mir gerade eingefallen, aber nicht so tragisch. Ja, hi. Ihr kennt uns ja schon. Wir schauen uns jetzt das dritte Thema an, die ersten beiden Themen nochmal zusammengefasst waren als erstes mal das Thema Fehler vermeiden, als zweites synchrone Kommunikation vermeiden und dafür asynchrone Kommunikation einführen. Und das dritte Thema, eins ist ein Thema, was tatsächlich faktisch gesehen Arbeit ersetzt, ist das Thema Automatisieren. Ja. Und man muss sagen, in der heutigen Zeit, man denkt immer bei Automatisierung an große Roboter, an irgendwelche Maschinen oder so, man kann aber auch in einer eigenen Firma viel automatisieren, viele Dinge, die aktuell jemand macht, ja, automatisch machen, ohne dass es da jemand geben muss, der das macht und das spart natürlich Zeit. Wir haben ja so ein, zwei Beispiele mitgebracht, dass das auch klarer wird. Ja. Ja, Marvin, fang du gerne mal an. Ja, also das sind natürlich entlang der Wertschöpfungskette sozusagen, die ein Kunde bei dir im Betrieb hat. Ja, das kann zum Beispiel sein nach, oder das kann schon im Vertrieb zum Beispiel anfangen, ja. Ja, mit Automatisierungen kann man sich da deutlich, deutliche Vorteile verschaffen, aber auch Zeit natürlich einsparen. Das kann zum Beispiel sein innerhalb der Vertriebsprozesse, wenn der Kunde eine Beratung zum Beispiel vereinbart hat. Dann kann ich diesen Termin abspeichern und dann automatisch dafür sorgen, dass der Kunde zum Beispiel einen Tag vorher nochmal per SMS oder per E-Mail daran erinnert wird. Ja. Ja, genau, man hättest ein anderes planen können, das ist ein einfaches Beispiel und ist auch ein geiler Service einfach, wenn man nochmal daran erinnert wird. Es ist einfach, hebt dich auch so ein bisschen hervor, ist einfach digitaler, das kommt ja auch bei den Leuten gut an, wenn man digitalisiert ist und da gut aufgestellt ist. Das wäre ein Beispiel. Zweites Beispiel wäre, angenommen, der Auftrag ist fertig, ja, der, ja, Abwicklung ist fertig und dann wird dieser Auftrag einfach auf die nächste Phase zum Beispiel in deinen Prozess geschoben und dann kann direkt eine Benachrichtigung rausgehen an dein Büro, in dem gesagt wird, bitte Rechnung dafür erstellen. Genau, normalerweise würde es halt so laufen, der Auftrag wäre fertig und die Frau Meier würde zu Frau Müller laufen und sagen, hey, Frau Müller, das ist fertig hier. Können Sie fertig machen. Können Sie einmal die Rechnung fertig machen, dann setzt sie sich da hin, sitzt dann eine Viertelstunde dran, bis sie das Haus gefunden hat und erstellt dann die Rechnung und das kann man halt komplett alles automatisieren. Dann basierend auf dem Auftrag kann man dann schon sagen, okay, die Rechnung soll jetzt quasi ausgelöst werden, an den Kunden gehen, kann automatisch prüfen, ob die Rechnung überwiesen wurde, wenn sie überwiesen wurde, ein positives Zeichen geben, wenn sie nicht überwiesen wurde, direkt ins automatische Mahnverfahren gehen, irgendwann ruft natürlich auch nochmal jemand manuell an, das ist klar. Aber man kann da schon sehr viele Dinge wegnehmen, also ich schätze mal so ein Drittel der Sachen, die aktuell Menschen manuell bei euch machen, wo sie Informationen von A nach B übertragen, kann man automatisch viel effizienter, sicherer und einfacher machen. Anderes Thema vielleicht nochmal das Thema Buchhaltung. Das war früher bei uns immer Aufwand von ein bis zwei Tagen, die ganzen Belege zusammenzusuchen und das ist halt eine Person, die da einfach Vollzeit gefühlt zwei Tage dran sitzt, die Belege zu sammeln. Und es gibt halt Tools wie GetMyInvources zum Beispiel, was du einfach einmal einrichtest und wo deine Belege automatisch gesammelt werden, wo dann die Person sie einfach an den Steuerberater mit einem Klick schicken kann und sich einfach einen Tag oder anderthalb Tage Arbeit spart. Ja, das setzt natürlich voraus, dass die irgendwie wenigstens mal eingescannt wurden, dass die irgendwie digital verfügbar sind, aber häufig bekommt man ja von den Herstellern und so weiter eh digitale. Das ist ja fast immer digital, die machen es ja genauso, die sind ja auch automatisiert, was das angeht. Genau, das heißt, das Ganze muss halt einmal digital vorliegen und dann ist das System, das funktioniert echt so ein bisschen wie Magie, weil dann geht das System einfach her und hat sozusagen Zugriff auf alle Quellen, wo du zum Beispiel Rechnungen bekommst und sucht dann sozusagen nach der Rechnung in dem richtigen Zeitraum. Und ja, sammelt die alle an einem Punkt, das heißt, das, was vorher einfach mal von Menschenhand gemacht hat, geht jetzt heutzutage mit solchen Sachen wie Künstliche Intelligenz fast von alleine. Genau, und das sind halt auf jeden Fall Dinge, die werden einmal eingerichtet, set it and forget it, dann laufen die durch, sorgen dafür, dass Leute produktiver wieder an anderen Dingen arbeiten können und nicht diese sinnlose Sachen machen müssen, die auch eine Maschine genauso gut machen kann. Ja, und wenn man das halt an vielen Bereichen einführt, dann schafft man einen sehr, sehr hohen Grad an Produktivität einfach zu schaffen oder zu steigern. Ja, und ich würde sagen, das waren schon mal drei Dinge jetzt insgesamt, die du, denke ich, wohl einiges noch mitgenommen hast. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, lass gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das gefallen hat, lass gerne ein Like da, gib dem Kanal ein Abo, das du nächstes Jahr verpasst. Wir sprechen im nächsten Video wieder, bis dann. Ciao. Ciao.